Ich bin Fabian Studema, 2019, im vierten Lehrjahr als Automatiker bei Gilga Door Systems und zeige Ihnen jetzt, was so ein Automatiker ausmacht. Gilga Door Systems ist eine Schweizer Firma, die sich auf automatische Türen und Tore spezialisiert hat. Unsere Produkte sind über 70 Geländer vertreten, von der Migroschiebetür bis jetzt zum Türensystem von Metro zu Hongkong. Das Schöne in meinem Beruf ist die grosse Abwechslung. So kann ich meine Arbeiten planen, herstellen und prüfen. Die Lehre bei Gilga Door Systems sollte man machen, weil man sehr selbstständig arbeiten darf. Und man bekommt den Einblick in verschiedenste Abteilungen. So ist man für einen späteren Berufsalltag bestens vorbereitet. Wenn du Automatiker werden möchtest, musst du ein gutes logisches Denken haben, gute Mattenkenntnisse und Freude an der Technik. So, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick in meinen Berufsalltag bekommen. Ich hoffe es hat mich gefallen und falls ich zu uns Interesse geweckt habe, dann kommen doch vorbei zu schnuppern. Bis bald bei Gilga Door Systems in Schwarzenburg. Achtung. 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 Vielen Dank.